Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dead Space Kapitel 3 Kurskorrektur. Puh, das hat aber nicht schnell geladen. Ja, wir müssen hier wohl ein bisschen aufräumen und reparieren und so ein Scheiß. Wir haben zwei Probleme und die Uhr tickt. Erstens, die Treibstofftanks der Antriebe sind leer. Zweitens, die Schwerkraftzentrifuge ist offline. Was bedeutet, dass uns einige Trillionen Tonnen Gestein nach unten ziehen. Sie müssen die Zentrifuge wieder in Betrieb setzen. Den Hauptantrieb mit Treibstoff versorgen und zünden, damit ich die Umlaufbahn des Schiffs stabilisieren kann. Okay, das war ziemlich viel Arbeit. Hast dich noch sehr viel Arbeit angehört, meine ich. Ach, komm schon, ey. Ja, ein Schuss, mein Güter. Trotzdem finde ich das nicht in Ordnung. Da ist noch ein Schränkchen. Plasma-Energie ist immer genug Platz, ne? Kann ich nachladen? Nein? Zehn Schuss? Ehrlich? Scheiße. Oh, na, 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 na. Oho. Sieht nach sehr viel Platz aus. Ja, super. Ja, super. Cool, nochmal. Hehe, wie ich das wusste. Was dat denn? Audio. Persönliches Logbuch des stellvertretenden Chief Engineer Jacob Temple. Es ist jetzt zwei Tage her, dass sie den Planeten aufgerissen haben, seit der Käpt'n starb. Die Panik, die Aufstände, das war nichts im Vergleich zu dem, was noch kommen sollte. Unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen, sie kamen alle wieder zurück. Verändert. Kamen, um uns zu töten, um uns zu holen. Heute Morgen verschwand Rucker, und ich gehe davon aus, dass er tot ist. Meine Crew, alle fangen an durchzudrehen. Ich hab versucht, sie im Auge zu behalten, aber im Augenblick hab ich größere Probleme. Wir haben einen Treibstoff-Leg, und der Primärantrieb hat schwer zu schuften. Danvers und ich werden versuchen, das Treibstoff-Depot zu erreichen und das Leck zu reparieren. Temple out. Mhm. Und wer sitzt denn da so rum? Was war das? Schön. Na, hängst ein bisschen rum? Sollte jetzt gemütlicher sein. So, wo müssen wir her? Mein Modifikator sagt, hier lang. Uh. Zieht alles nach sehr gefährlicher... Umgebung aus. Ungefährlich. Ja, 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 du bist tot. Hallo. Ja, 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 ja. Das kennen wir doch, mein Freund. Boah. Jetzt reißt es mir jetzt tickig aus. Achso, das sind Anzüge. Puh. Oh, eine... Na super. Was ist das? Hä? Audio-Lock. Was zum Henker ist hier los? Es ist... Es ist Henderson. Er ist verrückt. Er zieht sich. Seine eigenen Zähne. Uh. Um Gottes Willen. Oh Gott. Ist er tot? Bleib locker. Er lebt ja. Aber die Tür war ziemlich hart. Warten. Warum hat er das gemacht? Ich verstehe das nicht. Yeah. Ich kann das nicht. Meine eigene Zähne rausziehen. Hoppala. Ja, das ist gut. So, ich will jetzt wissen, was das für ein... Brennstoff. Ne, brauche ich nicht. Kann hier bleiben. Flammenwerfer ist sinnlos gegen Monster, wo man... Äh, äh... Gliedmassen abtrennen muss. Gib mir ein Schwert. Dann zeige ich euch, was ich kann. Oh. Bär. Zum Beispiel. Aber diese dreckigen Leichen. Text. Decklogbuch. Hallo, V-A-B-E. Keine Ahnung, was hier abgeht. Jemand sagte, das Schiff wurde angegriffen. Aber wer zum Henker sollte hier uns draußen angreifen? Er stirbt... Er stirbt der Käpt'n. Und jetzt werden alle angegriffen? Kamek meinte, jemand von... Brückenpersonal hätte ihn getötet. Aber das kann ich ja gar nicht geglauben. Jetzt tobt ihr Chaos, verdammt. Man kommt nicht mal mehr in der Brücke durch. Man kommt zu niemandem mehr durch. Alle fliehen. Wollen nur noch weg von hier. Soll ich von ihnen anschließen. Ja, rate mal, warum. Werkbank. Ich glaube, ich habe gar keine... Oder doch? Habe ich oder habe ich nicht? Ich habe zwei Stück. Was sagt man dazu? Ich würde sagen... Ne. Chinesen. Stase. Was kann man in Chinesen verbessern? Die Reichweite. Naja. Stase-Modul. Weniger Energiekosten und Dauer. Ja, geht ein bisschen. Ja, Rick. Puh. Plasma-Cutter. Kapazität kann ich erhöhen. Ja, okay. Und Strahlenkanone. Äh, Schaden. Oder... Ne, das geht nicht. Was ist das denn? Nachladen. Aha. Lock-Kapazität. Schaden. Oh, yeah. Meine Waffen haben sich gerade ein bisschen verbessert. Teamwork. Schönes Plakat. Sehr ermutigend. Oh. Hab dich gesehen. Teamwork. Make a good life happen. Ach, wirklich. Geld. Geld. So viel Geld. Und ein Kass zu zertreten. Grr. Ah, meine Nase juckt. Jujujuckt. Das war die falsche Taste. Aber... Ah, erwischt. Der lebt noch, oder? Nö. Zwei Schüsse und Tod. Ah, jetzt kann ich die Munition nehmen. Das Geheimnis in so ein Spiel ist, langsam zu gehen und auf alles vorbereitet zu sein. Dann ist die Angst auch nicht mehr so groß. Äh, wo war die schöne Munition? Danke. Gehe. Also, ich bin jetzt im Kreis gegangen, also muss ich hier links. Oh, Monitor. Moment. Moment, wir haben Zeit. Plasma Munition. Und dann geht's noch nach oben. Was ist das denn? Ah, das Kinete-Zeichen. Runterziehen. Tank-Sequenz aktiviert. Mhm. Gut. Uh. Ah, nicht die. Nicht die. Buh, motherfucking Bitch. Die kleinen Fische haben mich jetzt ein bisschen erschreckt. Obwohl er gesprungen ist. Hey, das kann man doch. Yeah. Das kann man auch bestimmt gut, also. Oh, Moniz. Ah, HP. Ja, Moment mal. Da war noch so ne... Eingang oder so. Ach, Eingang, dieses... Mit Monitor. Ja, hier. Kinese benötigt. Ha, okay. Kein Ding. Bereit. Oh, Gondel. Gondel, 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 Gondel. Boah, wie hier kommen dann irgendwelche Mistviecher? Ja, hier können jetzt welche kommen. Die knall ich ab. Aber... Vorne. Oben. Unten. Na. Das hab ich nicht so nötig. Ehrlich nicht. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Diese blöde Leiche. Ach, du Scheiße. Äh, ja. Leck mich. Leck mich. Ja, komm. Geist dich an. Oh, Scheiße. Das sind die gefährlichsten. Die sind sechs Leichen. Ach, guck mal. Da waren so viele Feuertags. Hallo. Ich sehe mich wieder ein bisschen Plasma-Cutter. Tü, 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 tü. Oh, oh. Viel Platz. Viel Platz. Da ist was. Ein Block. Audio. Wir hätten ihn nicht am Leben lassen sollen. Wir hätten ihn nicht am Leben lassen sollen. Halt die Klappe, Danvers. Klappe halten. Technisches Logbuch-Termal. Jemand hat die Treibstoffleitungen zum Hauptantrieb gekauft und in dem Zug auch den Ventilen den Rest gegeben. Sie müssen repariert werden, bevor ich sie wieder eröffnen kann, aber uns läuft die Zeit davon. Bei ausgeschaltetem Antrieb wird der Orbitverfall in weniger als zehn Stunden anfangen. Ich verstehe nur nicht, wer das tun könnte. Wenn es einer dieser Unitology-Bastare ist, drehe ich ihm den Hals um. Henderson sagte, sie würden kommen. Wir hätten ihn nicht leben lassen dürfen. Halt den Rand, Danvers. Und hilf mir mit den Werkzeugen. Tempel Ort. Ja, guck mal, da mag jemand auch nicht diese Scheiß-Sekte. Äh. Na gut. Sag ich nicht nein. Das hört sich schlecht an. Ziemlich flüssig. Dick flüssig. Wenn ich nicht auffällig bin, sind die Gegner es auch nicht. Stase-Pack. Ja, bro. Würde ich zwar... Warte mal, ich hab doch so ein Scheiß-Item aufgenommen. Ja, da. Brennstoff. Wegwerfen. So. Nimm ich jetzt Stase-Modul. Und benutze es auch. Hab eh... Nix. Auf dem Rücken. Benutzen. So. Nein, und diese Kacke hebe ich nicht auf. Du, 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 du. Hallo, hallo. Ne, muss ich geradeaus. Speicherpunkt. Ne, muss noch nicht. Ah, ein Schema. Der Ripper. Das ist ein guter Name. Das schauen wir uns mal an. Das ist ein guter Name. 308 2019 Da, es sind ein guter Name. Goes in die,aders brenzieren.